So, es ist November, die Novembersonne scheint auf die Bienenkiste, auf die schöne Klappkiste. Und diesmal machen wir nicht oben die Klappe auf, sondern wir machen mal unten die Klappe auf. Und wir schauen mal rein, wie die Bienen in der Wintertraube sitzen. Also, wenn es kalt ist, rotten die sich als Kugel zusammen, als Traube, und wechseln sich außen in den kälteren Schichten ab. Und haben innen immer die 35 Grad um die Königin, damit die es im Winter schön warm hat. Ja, demnächst mehr.